Der 2. Qualifier für die Weltfinal. Der 1.25 European Youngster Cup. Und der 3. Platz für Irland für Jeremy Swinham. Jeremy, wie war der Kurs heute? Es war ein sehr guter Kurs. Es war nicht so groß, aber es war genug. Und es war glücklich, dass mein Kurs zu jumpsen. Tomorrow ist der Final der European Youngster Cup. 1.55. Hast du eine Chance, die Final zu gewinnen? Das ist der Plan. Hoffentlich. Hoffentlich. Wir sehen uns morgen. Ok, es gab 27 Kurs auf der Liste. Du hast auch viele Konkurrenten gesehen. Wie war die Qualität der ganzen Kurs? Es war sehr gut. Es gab viele gute Riders unter 25 hier. Es wird morgen morgen sicher. Wir versuchen unser Bestes. Was hast du mit dem Kursdesigner Franz Madl? Er ist ein kursdesigner in Österreich. Wie waren die Kursen der Kurs? Sehr gut. Alles ist fair, aber es ist trotzdem schwierig. Die Kursen sind groß, aber nicht zu groß. Es ist schön. Es fliegt. Es ist nicht zu kompliziert. Es wird es zu schwierig. Es sieht gut so far. Und die Lokation in Salzburg? Ist es ziemlich gut für eine Weltfinal? Ja, es ist so schön. Es ist ein großartiges Ort. Ich freue mich, hier zu sein. Ok, dann wünsche ich dir gute Glück. Vielleicht der erste Winner der Weltfinal kommt aus Irland? Hoffentlich. Wir sehen uns morgen. auch immer. Ich freue mich. Vielen Dank.